moin moin liebe zockerfreunde ich darf mich natürlich erst mal herzlich begrüßen wir haben ein anliegen wer ist wir wie es natürlich meine liebe snaps meine frau und ich also es dreht sich um das projekt wie ihr schon im hintergrund erkennen könnt das ist der trailer zu arg viele haben ihn gesehen einige vielleicht noch nicht viele haben ihn geliked das ist für uns schon mal ein sehr guter hinweis das ist nur so dass er kann der moment viel anderweitiges projekte zu tun hat wir haben community server schon einige wochen jetzt aktiv glaubt zwei mittlerweile und die snaps hätte jetzt noch eine frage an euch dazu ja noch mal hallo erkannt hat viel zu tun viele projekte viel auf der arbeit im real life zusätzlich kommt die familie auch noch ins spiel kind frau rest der familie die zeit ist knapp ich habe überlegt und habe gedacht ich möchte ihm könnte gerne irgendwie helfen ich möchte ihn unterstützen ich bin mit der community auf dem community server momentan sehr viel unterwegs wir haben sehr viel spaß ich habe das spiel total und sei es nur ein dodo den ich schnetzeln kann ich würde das ganze gerne übernehmen das würde bedeuten dass diese videos über mich laufen oder eventuelle streams über mich laufen und bei kante auf dem kanal hochgeladen werden jetzt ist die frage werdet ihr dafür würdet ihr das unterstützen oder wird wollt ihr das eher weniger weil es ist eure entscheidung wenn ihr das nicht gut findet dann machen wir das nicht von daher freue ich mich auf feedback freue mich auf kommentare und warte darauf was ihr dazu sagt ganz genau so sicher ist auch deswegen auch von meiner seite nochmal damit ihr das auch merkt dass ich das auch möchte habt ihr was dagegen dass meine frau mit auf diesem kanal aktiv wird ihr kennt sie eh schon alle ihr habt sie schon öfter mal gehört im hintergrund auch schon mal einige live streams vielleicht gesehen also straw poll ist in der video beschreibung dort habt ihr die wahl dafür oder dagegen zu stimmen jeder hat eine stimme natürlich jeder ip hat eine stimme seid ehrlich gebt uns eine chance weil wir wollen das natürlich nicht für uns nur machen sondern wir wollen euch zeigen dass wir das für die community machen dafür haben wir die community server gemacht und ja ich werde es gar nicht mehr lange schnacken ich bin gespannt eine woche lassen wir uns jetzt zeit das heißt nächste woche montag müsste ich jetzt mal eben schauen moment lassen ist eine woche laufen am 24 werden wir uns entscheiden ob ja oder ob nein bis dahin habt ihr zeit abzustimmen damit jeder auch genug zeit hat und dann würde ich sagen bedanke mich fürs zuschauen und bin gespannt wie ihr euch entscheidet bis dann tschüss 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 tsch